Meine lieben Elex-Freunde, herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit einer neuen Runde Elex. Und ich habe mich den ganzen Weg hier nochmal durchgekloppt, denn ich hatte beim letzten Mal, ahnungslos wie ich ja war, keine Vorbereitung getroffen. Aber jetzt habe ich jede Menge Heiltränke dabei. Ich habe neue Munition für den Bogen geholt. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt mehr Glück haben. Das heißt, Crony wartet. Der kommt nicht mit. Wir gehen jetzt hier rein. Ich speichere nochmal kurz vorher. Und dann schauen wir mal. Ja. Genau, da ist er auch schon. So, wir skippen das. Das kennen wir alle schon. Zack, 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 zack. Das interessiert uns nicht. Haben wir beim letzten Mal ja alles schon angehört. So. Wir wollen ihn vernichten. So. Da ist er. Das erste, was wir machen, ist schnell speichern. Und. Ja, genau. Und immer feste drauf. Das ist, was wir machen. So, gleich hinterher heilen. Und immer dranbleiben. Oh, 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 jetzt müssen wir aufpassen. Einmal heilen. So. Mächtiger Heiltrank hinterher. Yes! Da haben wir ihn. Geil. Jax ist sauer. Das war's. Und ich fürchte, er wird nicht der letzte gewesen sein. Die Skaians haben diese neue Spezies nicht nur der Singularität wegen gezüchtet. Die Veränderlichen sind ihre neue Waffe, die alle in die Knie zwingen sollen. Hm. Nice. So, jetzt hat er... Ah ja, hier ist er. Dunkles Elex. Gut. Ich glaub, wir können gehen, oder? Ja. Menschen. Menschen vergessen schnell. Wie lange wird es dauern, bis sich niemand mehr an all das hier erinnern wird? Der Krieg, die Invasion, der Kampf gegen Wandlung und Vernichtung. Die Kämpfe um einfache Ressourcen und territoriale Besitzansprüche werden sich verändern. An ihre Stelle tritt etwas gänzlich Neues. Eine Ära der Verwirrung, der Wandlung und der Übermenschen. Die Veränderlichen. Das Streben nach der nächsten Evolutionsstufe und Anpassungsfähigkeit. Es wird uns alle beherrschen. Ein Kampf um das Privileg, Elementar des Elex zu werden, wird entfesselt. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Wer ihn verliert, bleibt auf der Strecke und wird im Sog der Erneuerung untergehen. Die Skaiens und das Elex waren nur die ersten Vorboten dessen, was Magalan in den nächsten Jahren drohen wird. Eine göttliche Macht, die ihre Klauen nach unserer Welt ausstreckt und die bald kein Mensch dieser Welt ignorieren kann. Etwas Neues hat begonnen. Ein Zeitalter der Veränderung. Die Herrschaft der Singularität. Okay. Oh, Freunde. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind durch. Cool. Schönes Spiel. Da hatte ich sehr viel Freude mit. Ich lasse euch mal kurz mit dem Abspann alleine. Wir sehen uns aber danach nochmal kurz wieder. Also bis gleich. Dann不要. Oh, ich bin so lange hier. Tschüss. Das ist doch unbedingt wahr. Ich lasse euch mal kurz. Oh, ich mache dann ja bis zu. Die Familie. Also있ig konnte nicht euch. Ich lasse euch mal kurz. glucose thing dann, als du mal kurz willst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da. Ui, ein kleiner Grafikfehler. Bist du noch irgendwo da drin? Okay, und nu? War's das, oder wie? Hä? Ja. Ist abgeschlossen. Gut. Kann ich mich von hier weg porten eigentlich? Warte mal. Wuli Kaya. Okay, wir reisen mal. Und dann suchen wir unsere Leute auf. Guck mal, die gehen alle nach Hause. Ja. 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 Hast du an mir gezweifelt? Dass du es tatsächlich wieder schaffst, der absoluten Vernichtung zu entgehen. Ich muss zugeben, ich hatte vermutet, dass es dich dieses Mal erwischt. Das war erst der Anfang. Jetzt müssen wir uns um den Erhalt des Planeten kümmern. Ja, das müssen wir. Es freut mich ungemein, dass wir uns in diesem Punkt einig sind. Zum Beispiel die Sonderlinge und Unholde, die das Mana hervorbringt. Sie werden leider fast täglich immer mehr. Ich fürchte, wir werden uns daran gewöhnen müssen. Zumindest so lange, bis das Gleichgewicht wieder hergestellt ist. Mach weiter, wir sind noch nicht am Ende. Aha. Kajas Vermutung, okay. Cool. Cool, cool, cool. Mit wem müssen wir noch sprechen? Fox. Wer ist das hier vorne? Warte mal. Achso, das sind die anderen beiden. Gut, ich würde sagen, wir speichern hier. Sammeln den ganzen Kram hier noch ein. So. Und wir machen in der nächsten Folge, oder in der wahrscheinlich letzten Folge, die dann kommt, machen wir die Aufgaben hier noch zu Ende, der Vollständigkeit halber. Also hier die ganzen Spots abklappern. Und dann sind wir, glaube ich, dann soweit fertig. Aber für diese Folge kann ich sagen, ich bin begeistert. Der Kampf war doch einfacher als gedacht. Ich bin zufrieden. Meine lieben Freunde, wir machen ein kleines Päuschen, sehen uns bald wieder mit einer neuen Folge. Und dann geht's hier weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschö mit Ö.